Okay, und weiter geht's. Und ich seh grad, was ist das da, bitteschön? Das sieht humanoid aus. Und was ist das hier? Äh... Wie, das muss man fällen? Hm. Hm, ne? Wurde. Toll! Hat ja viel gebracht. Geh ruhig weg. So. Wo war hier jetzt die Kohle? Tiefer. Wow, 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 wow. Ach du Schande. Ist irgendwo ein Dorf? Hm, was ist das für ein Riesenvieh? Ich glaub, der hat die Verfolgung aufgegeben. Ähm. Da ist ein Boss-Mob. Da und da sind Dörfer. Wow, hey! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich, äh, ja, ich wollte Kohle sammeln, ich weiß. Das funktioniert aber gerade, wie ihr seht, nicht so ganz gut. Und, äh, ja. Nein. Äh, Leute, Hilfe! Hm, das ist jetzt nicht so, äh, vorteilhaft. Folgt er mir noch? Ne, jetzt, jetzt folgt er mir nicht mehr, oder was? Da hinten rennt er. Was ist da? Was ist das denn? Ich hab mir mal die Hawkshire hinein. Kann man daraus irgendwas Nützliches... Ist da oben ein Boss-Mob? Äh, kann man daraus irgendwas Nützliches machen? Hier, B war das, ne? Ne, ne, ich hab die Karte drüber. Äh, Crabble Dries. Nein, nein. Da halten wir jetzt mit den Hawkshire, aber dafür fehlt ihr uns. Darnia, Fern- und Jade-Potato. Davon haben wir noch weniger. Nein, nein, auch nicht. Irgendwie fehlt ihr uns für alles etwas. Hm, das ist jetzt doof. Ähm, ja, also nein. Nein. Ach, lo, 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 ich will doch bloß... mh, 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 Kohle haben. Ist es denn zu viel verlangt? Was ist das für ein Ding? Das war gar keine Kohle. Da ist Öl, da ist das Öl, Zim, was war denn das, was ich da dann abbauen wollte? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt zeigt er das gar nicht mehr an? Hier machen wir mal einen Gesamtscan von allem. Jetzt zeigt er das nicht mehr an. Ja doll. Äh, ja. Da ist schon wieder dieser Typ. Geh weg. Ich will doch bloß Kohle. Lasst mich doch nur diesen Planeten ausbeuten, Leute. Ich will doch gar nichts Böses. Och Mann, Leute. Darf ich doch mal irgendwann hier zum Spielen kommen? Jetzt greift mich da schon wieder so ein Scheißding an und ich selbst hab definitiv keine Waffe dafür. Und keine Rüstung. Wo ist das Dorf? Da ist das Dorf. Aua. Das Ding macht mir Schaden auf Ferne. Und da stiefelt so ein Typ durch. So ein Vieh. Nein. Leute, Leute, Leute! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Leute! Also, ich brauche definitiv noch irgendwie, äh, wo ist denn hier der Heilungstyp? Ist doch da. Hi. Hi, wo? Oh. Okay, der hat ein paar Pflanzen. Okay, nehme ich lieber die Dinger hier. Ähm. Portieren. Portieren. Ich kann einem die Dinger verkaufen hier. 9,5. Ach, scheiße, die geben ja überhaupt nichts. Toll. Ja, man kann die kaufen für teuer. Die Preale ist nix. Mh. Nando, das gibt's ja gar nicht. Ähm. Tja. Ich wollte Minen gehen. Ihr seht, was draus geworden ist. Dann klapp ich mich halt hier durch. Der hat zwar gerade aus irgendeinem Grund keine Animationen. Ne. So, hier noch mal ein bisschen AK-Cacia, war das das? Ich hab keine Ahnung. Landfiber? Nö. Das war nix. Wenn ich mich daran fähne, dass das irgendwie das Akad, äh, Arcacia Road war, wie. Irgendwie sowas. Hm. Hmm. Gibt der aber nichts. Ja, äh. Ob da schon wieder irgendein Vieh, ey, Leute. Wababababababababababababababab was ist das denn da? Oh. Wir sind an der Küste. An der Küste. Oh, sind wir nicht am Vor... Oh. Oh. Ah, Leute. Das sind doch ein paar Bäume. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Nein, nicht schon wieder. Anscheinend interessiert sich das Känguru gar nicht für uns mit den vier Armen. Das Känguru mit den vier Armen. Ein Abenteuer von Raimundo. Irgendwas. Irgendwas ist das hier. Sieht nett aus. Hm, ja. Und... Gut, aber Plan Fiber. Doll! Plan Fiber. Doll! Und... Plan Fiber. Doll! Auf Weier. Und dann haben wir die Fußtapfen, die der... Äh... Halbwegs... Goatleaf. Siegenblätter. Und wie lange braucht das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das dauert ein bisschen. Äh... Habe ich schon gesagt, dass ich mich mehr aufs Abbauen konzentrieren wollte. Ja... Das revidiere ich mal so ein bisschen. Hm. So. 13,9,5. Was wird's denn? Na, kommt schon fast hin. Solange es erstmal nicht Nacht wird, ist ja alles in Ordnung. Und... 511 Holz und einiges in Plan Fiber. Das ist ja ein Beklopter. Aber soweit nichts weiter Besonderes. Wollen wir uns schon ein Schiff bauen? Im Kreativ... Krea... Kreationsmodus. Können wir durch die Gegend schippern. Ist denn jetzt hier irgendetwas zu... Sehen? Da ist was, da ist was. Ich glaube, das ist Gold. Mal alles weg, außer Gold. Gold. Ja, ist Gold. Ne. Hä? Kupfer? Ne, es muss Gold sein. Dann, äh... Warum nicht? Warum graben wir uns mal nicht dahin? So, theoretisch... Ja, hier jetzt runterbuddeln und dann... Mussten wir theoretisch auf etwas stoßen. Ich hoffe mal, dass wir es auch tatsächlich erreichen. Ey, diese Kängurus. Jetzt hier noch einmal. Und da noch einmal. Damit wir ein halbwegs gutes Loch hinbekommen. Na, es wird. Langsam, aber es wird. Mal sehen, wie tief wir müssen. Aber irgendwie... Ah, da. Da wird Block. Och, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Wie viele schwarze Balken soll ich denn da drüber machen? Jetzt wird's dunkel. Ach, verdammt. Dann brauchen wir wieder. Hm, ja. Und wir haben keine Kohle. Ja, muss ich dann, wie gesagt, ein bisschen das Gamma im Nachrennen erhöhen. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ansonsten, äh, ja. Hm. Kommt hier nochmal was anderes als dieser Sand und das grün Zeug? Dürrt. Ey, war ein Stone-Spischen. So. Das hier tilts aber nochmal was. Never dig straight down. Ah, da ist doch was. Da kommt der Stein zum Vorschein. Äh, ja. Gold. Ah, da ist doch was. Da ist doch was. Ich sehe es. Ich sehe das Gold. Ich sehe das Gold. Schaut euch das mal an. Da ist das Gold. Ist das nicht schön. So. Spitzsack herausholen. Und. Glück. Ja. Ich weiß. Gold. Wir haben Gold gefunden. Immerhin etwas Nützliches. Und das in der vermutlich jetzt zweiten Folge. Tja, aber an die Kohle kommen wir ja nicht ran. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Wenn nicht, entschuldige mich schon im Voraus dafür. Es ist halt nicht ganz so doof, weil ich, ihr könnt ja auch sehr gerne selber in die Optionen schauen. Hier, äh, Options. Äh, Pixel Light Counter. Ist hoch, aber das hat nichts damit zu tun. Und ansonsten, Quality ist das einzige hier noch. Random Matter. Und ansonsten ist hier einfach nichts weiter. Und hier ist nur Sound, Control und MISC. Und da gibt's auch nichts. Kamera Sensitivität ist da auch nichts. Von daher, hier ist einfach nichts. Oder man kann da nichts einstellen. Doferweise. Nur mehr als Helm, Lampe und so machen kann ich jetzt hier im Spiel auch nicht. Das heißt, ich werde jetzt jedes Mal nach, äh, nachhellen, aufhellen müssen. Und dann, äh, nachher, 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 nachher.